ARD Text im Auftrag von Funk Noll! Aufnahme! Hallo und herzlich willkommen! 2, 4, 3, 2 Ich will auch zauern und kaputt machen Jetzt die Nerven, let's do shit, hallo! Lauf, du Hur! Oh, ich drück die ganze Zeit, äh... Die Taste nehmen Y an und statt Schieb Schieb Oh fuck, da geht ein Heli hoch Ja, ich seh's Ah, unser Heli beschießt den schon Unser Ziel ist das jetzt, wie üblich, Tanks kaputt zu machen Yay! Tank-Counter letztes, letztes Mal war er endlich hoch Oder? Täuschte ich mich da? Da täuschte ich, es waren irgendwie 500 zu 0 oder so 500 Tanks killed? Ja, und wer hat dessen kein einziges Mal gestorben? Natürlich STANDARD! Ja... Besser wird Das war nämlich schlecht Ich kenn mich jetzt irgendwo hin und beschieß die Tanks Ich habe jetzt Oder? Ah, warte mal kurz, dann geb ich dir, dann leg ich dir da mal schnell ein Lebensding Bissen du, du bist da Fuck, da hinten, da kommt ein Ding, äh, ein Motorrad zu unserer Base Die ist ja Ja, wo? Gott, da hinten Ja! Ja, der da hinten Das war's, das war's. Das war's für heute. Gibt's hier überhaupt Tanks in der Map? Ja klar, das glaubst du auch mich als die 90 war. Aber die Gegner haben sich irgendwie kein... Ja, stimmt. Ich hab keine verkackte Muni mehr! Ja. Alter, wie kann dat sein? Bring den doch zum Spot! Ich treff nix du, ich treff nix. Oh, lelele. Du musst mich kurz herbombring. Ich transportier den Fahnenträger. Nein, gib Gas! Gib Gas, du scheiß Heli! Äh, Tank! Wo müssen wir überhaupt hin? Zurück, zur Base! Zur unserer Base! Ja, wir standen direkt in unserer Base! Das ist ja nicht... Komm schon, spawn! Spawn, lass mich spawnen! Ja, äh... Verschneller Tank. Der fährt nicht schneller. Ich muss den reparieren. Ah, nein verdammt, ich bin nicht mehr Reparierer. Nein! Ich versuch den Tank. Okay, nicht aussteigen. Und unten oben oben oben. Das war das. Ich versuch die Ich versuch den kapitel. Deine Oma, Alter. Ich bin nicht meine Oma. Zum Glück fliegt er gerade ein bisschen spastisch. Alter, was ist das? Ich wechsle jetzt auf... ...sumore-Klasse? Oh, Leute. Drive faster! Ja, wenn du... Ja, Fahrzeugkampfunfähig gemacht. Ich sitze in einem Tank, sag mal. Ja, ich mache... Ich habe gerade einen Heli weggemacht. Nein! Jetzt habe ich da... Nein, Feindlehrflagge zurückgebracht. Oh, den ich einfach aufs Spot gestellt, ihr Spasti. Fuck. Ich glaube, der Heli ist tot. Oder? Hilf bei Kill in meinen Händen, also. Aber ich brauche ein bisschen Mut. Ja, ich sitze im Tank. Entschuldigung, ich kann nichts machen. Ja, aber falls du mal bei mir vorbei... Warte mal, was macht er mit seiner Hand? Hey, Leute! Leute, Leute! Macht mal das... Jan, guck mal das Video in Slow-Mo. Wenn ich hier sitze bei Minute 13 und gerade mit der Hand weggehe vom Smog. Ja, okay. Nur mal an, guck mal das. Anzei! Ich habe es halt nicht geklappt. Ach, ich sitze. Ich werde es halt nicht anfangen. Aber ich habe ja noch etwas an den Tag. Ich habe alles, was ich mache. Ich bin hier auch noch blöd, ich habe das nicht. Ich bin hier nicht angeneinander. Ich bin hier auch ein Fahrzeug. Ich bin hier auch ein Fahrzeug zusammen. Ja, ich bin hier auch ein Fahrzeug. Nein, Warte, Zeit, ich bin noch ș échmer. Nein, Wölf! Ja! Ja, Fahrzeugkampfunschwärgge gemacht. ihr packt alter nr wenn ich böse findet er ja der findet das böse mach schneller das gegner eliminiert der hat einen ganz guten Brunnen du das? ja das ist mir schon klapp ich werde der fahrzeug gestört man abgemessert es ist durch den tank durch geflogen sicher von wo und da hat er steht da oben drauf aufsammeln mir kommt ein u-einsatz fucke Okay, da hab ich jetzt der 4 weggemacht. Ah, nice one. Da oben, unsere Flagge ist hier. Wir haben das Einsatzziel, Erwin! Alter, das hat von uns. Okay. Ich will bis hier stehen. Alter, ist klar. Was geht denn da ab? Ich werde das lassen. Also, da bin ich fertig. Ich habe den Weg gemacht. Und dann, ich hab die Hiale ges crossed. Ich hab die Hiale ges crossed. Ey, ich hab die Hiale gesagt! Ich habe die Hiale ges crossed. Obje, das war die Hiale ges crossed. Ah, hier. Ja, Fahrzeug, das hört. Scheiß Hure. Anti-Vehicle-Ribbon. Lass mich spawnen. Kannst du das wenig angepisst bist? Bisschen angepisst, ja. Alter, 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 was geht denn hier ab? Oh! Komm schon, komm schon, ich bin grad ganz ruhig. Ach, ich bin ein bisschen angepisst. Ja, weil ich versuch hier ein bisschen die Base zu securen, aber ich hab die... Ne, ich schaff den Heli nicht umzubringen. Oh, da ist ein Tank. Ne, der ist falsch. Ne, der ist falsch. Jetzt aber, komm schon, ich hol ihn dir. Ja, Fahrzeugkampf hab ich gemacht. Das stimmt. Wir haben einen feindlichen Panzer in eurem Operation. Oh, come on. Ja. 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 Woah. Ja. Ich bin verdammeter. Ja. Ja. Mann, Alter, wie? Nur Hilfe bei Fahrzeugzerstörung, Mann. inta, verruf! Schmerzer Sie es wieder her. Ja, Fahrzeug, kampfunfähig gemacht! Over Tank an der Flagge ist Beste Nein, bleibt das stehen, Alter! Warum bleibt er nicht an der Flagge stehen? Dumme Idee Hier kommt einer rein! Fahr zurück! Ich weiß... Alter, wie macht er mich so schnell fertig? Der hielt voll viel aus! 76%! Alter! Ich hab dem irgendwie... ein ganzes Magazin reingedrückt Ha! Bitch! Hab wieder einen weggemacht Oh... Was, ich verpare uns mal Schrauber-Dog-Tack gekriegt Alter! Alter! Ich krieg den Anfall Dein fucking Heli! Ich komm auch gleich wieder Polizei! Junge! Ja! Ich bin doch mal! Ich bin da drin! Ich bin das, ich bin ja für jemanden! Nein, ich bin das chipt! Nein, nein! Ich bin ja für jemanden! Also hab ich es dir keinen! Ich bin ja für jemanden! Tattel und irgendwas istvagant! Claro, Mann! Martin! Nein, Junge! Nein, ich bin ja für jemanden! Ich bin ja für jemanden! Aber hart, Papa! Ich hab ihn noch weggemacht, fuck, ich war zu langsam, sorry. Dann steig du in den Tank. Ne, ich muss heli, sag mal. Aber save den Tank wenigstens, sagt er. Ah ne, ja doch. Warte, wie, wie verdammt? Der Tank ist auch noch da. 100%! Der ist nicht voll, lass mich rein! Lass mich rein! Ah, ist nicht mit dem so weg. Scheiß Huber. Ha, Bitch! Erstmal dicken gehen. Ne, halt, das ist auf dem Motorrad, geht nicht. Ah, fuck, fuck, fuck! Alter! Zwei Helis, was läuft? Oh, drei Minuten noch. Ach, krass. Wir haben immer noch keinen Tank kaputt gemacht. Was hab ich schon? Ah! Ne, Tank noch nicht, aber... Helis, a lot of Helis. Ah, das hab ich schon. Ja. Wir bringen jetzt unsere... Die Runde war doch erfolgreich, auch wenn wir nicht gewonnen haben. Ah, das ist einer von uns. Alter, der Fuck! Nein, dieser Wuche! Nein, du hässlicher Heli! Hab ich ihn nicht erwischt? Ich muss ihn nicht erwischt haben. Ja, Reparatur, 10 Punkte, 20 Punkte, Maintenance Efficiency Reburn, yeah! Nein! 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 Fuck! Ja, ich weiß, wir haben verloren. Alter, bitte! Ich bin Frau Samuel! Nein, aber du... Aber ich hab sogar mehr Kills als du. Echt? Ja gut, ich hab die ganze Zeit Helis weggemacht. Und das war schon anstrengend, die Helis überhaupt nicht zu fast. Punkte, Punkte, Kampfpanzer, Punkte... Ich hab einmal Anti-Vehicle, einmal Disable-Vehicle Ribbon. Nice one! Nice! Ich hab nen Doctag, äh, gekriegt. Schrauber. Ich hab nen Doctag gekriegt, Anti-Vehicle. Nice one! Das war ein Auftrag! Das war auch, genau. Das war ein Auftrag! Deswegen hab ich das auch zackig. Okay, Leute. Damit sagen wir... Vielen Dank fürs Zuschauen! Danke! Und... Untertitelung des ZDF, 2020